Hallo Leute, weiter geht's bei Resident Evil 8. Ähm, ja. Was gibt's zu sagen? Wir haben gute und schlechte Neuigkeiten. Wir haben hier die Maske der Verzückung. Und ich bin überzeugt, ich weiß, was ich machen muss. Wir nehmen jetzt die Maske mit. Und dann machen wir da die Jagdtrophäe hin. Was? Das kann so nicht... Moment. Ich wollte schon sagen, ist da gerade was aufgegangen. Ähm, Shit. Wird nicht so... Ne? Ähm, was aber eine schlechte Nachricht ist, ich kann nichts mehr herstellen. Das ist ein Problem. Keine Heilung, keine Emotion, gar nichts. Ähm. Ähm. Ich muss das bestimmt einfach nur hier entfernen, oder? Ah, und dann passt das ganz zufällig da rein. Der Tierschädel. Ja, perfekt. Ähm. Und noch was. Wir wollten uns ja diesen Ring hier ansehen. Scheint das zu fehlen. Ich dachte, da sei was drin. Oh, oh, oh. Leute. Kombinieren. Hobbyarchäologe. Iiiiih. Iiiiih. Seht euch das an, wenn man ihn so dreht. So, iiiiih. Der ist bestimmt scheiß wertvoll, oder? Ganz bestimmt. Ähm, ja. Aber wir wollen jetzt hier den Tierschädel... Okay. Jetzt sollte ich hier rauskommen. ...einsetzen. Jetzt. Wenn ich Zeit habe, möchte ich mir noch hier... Hier oben kurz durchsehen, ob ich da noch was vergessen habe. Weil die drei Töchter dieser... ...dieser... ...die Maitrescu, genau so heisst sie... ...die sind ja jetzt scheinbar tot. Ich hoffe, ich habe jetzt mal ein bisschen Ruhe. Bin ich jetzt schon hier auf diesem... Ne. Muss noch hier rausgehen. Die warte bestimmt schon hier, oder? Ne. Doch, es klingt schon so. Und ob die da ist, als ob ich nicht gesehen scheinbar. Da ist sie, Leute. Sie geht nach unten. Die zukünftigen Erbenen... Sie hat mich gesehen, ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Von einem wie dir? Dann werde ich halt... ...nicht alles untersuchen. So, sie kommt. Und jetzt renne ich an ihr vorbei. Sei zu sterben! Ich kann nicht. Ich komme nicht an ihr vorbei. Okay, jetzt. Das war dumm. Okay, wo ist jetzt der Raum mit den Masken? Kommt sie mir hinterher? Ja, kommt sie. Wo ist der Raum mit den Masken? Hier. Lass mich die Scheisse einsetzen jetzt, ja? Ich hoffe, die verschwindet dann. Warte, ansonsten muss ich zum Teil beim Händler vorbeigehen. Äh, hier. Maske der Verzückung. Okay. Oh, sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Oh, die Tür geht auf. Alte Klappen! Alter! Warum ist sie noch da? So, ich wollte es einfach nur kurz versuchen. Okay, wir gehen. Einsammeln. Einsammeln. Und... Sie ist bereits weg. Ja, toll. Wir sind jetzt irgendwo. Wo sind wir jetzt bei diesem Turm? Oh. Wie gesagt, ich habe quasi... nichts mehr. Ich kann mir nichts herstellen. Äh, ich habe... Ein Gesundheitsteil habe ich noch. Wenn jetzt... Der Kampf kommt gegen die Olle. Dann habe ich ein Problem. Ich meine, ihre drei Töchter sind tot. Sie hatten Grund, mich zu hassen. Jetzt. Zuvor aber nicht. Trotzdem wollte sie mich... Quälen... Und tot sehen. Wieder... Hä? Wieder habe ich was übersehen. Hier? Wie geht denn das? Hier ist doch nirgendwo was. Hä? Ah, da. Ja, ich habe nur auf einer Seite nachgesehen. Oh, Chemikalie. So, dann habe ich alles. Könnte ich mir jetzt wieder was herstellen. In der Tat. Ich habe jetzt wieder rostige Reste. Und ich habe die Chemikalie. Die Chemikalie brauche ich für Schrot, Scharfssitz-Munition und Heilung. Ich glaube, für die Heilung wird das Ding draufgehen. Okay, das war wichtig. Das war wichtig. Toll. Null Schuss. So. Hier habe ich vier. Ja, sogar sechs Schuss. Okay. Okay, alles gut. So, dann habe ich hier wieder so einen Sarkophag. Wir haben schon mal seinen gefunden. Wenn jetzt hier nichts Cooles drin ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, der Dolch. Oh mein Gott, der Dolch. Mit dem können wir ihr das Lebenslicht ausknipsen. Du hast alles ruiniert. Nein. Tu es. Nein, der Dolch. Aber ich hoffe, sie ist tot, oder? Der Ethan müsste ja auch tot sein. Scheiße. Oh nein. Warum stirbt sie nicht? Warum stirbt sie nicht? Warum stirbt sie nicht? Oh, verdammt. Fleischknochen. Ich verschlinge dich. Wir brauchen noch Haaren. Oh Gott. Esst dieses Stück Scheiße. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Fliegen jetzt zur Arena. Dein neuer Look. Viel besser als der alte. Sie so Hexe. Das ist dein Ende. Ja, was soll ich denn machen? Wird dich jetzt da ausweichen sollen? Ich meine, sie hat mich, glaube ich, nicht verletzt, aber... Oh, jetzt kommt der ultimative Kampf, oder? Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Heilung? Okay. Ultimative Kampf, Leute. Ist ich jetzt hier runter, oder wie? Was sagt die Karte denn? Ja, Finale. Ich muss auf jeden Fall sie treffen. Ja, was ich sogar sehr gut mache zurzeit. Nachlaufen. Der kommt da rein, oder? Ich sehe halt kaum was. Olle? Oh, ich treffe sie nicht. Das ist ein Problem jetzt. Oh, was hat sie jetzt gemacht? Shit. Ja, ich wäre es halt vermutlich ein, zweimal üben müssen, ja. Soll ich wirklich mit dem Sniper schießen? Ich habe nicht mal getroffen, oder? Und ich habe ungefähr viel Munition, aber ich treffe sie doch nicht. Oh nein, sie ist weg. Tschüss. Sehr gut. Sehr gut. Da ist die Waffe, die ich haben möchte. Unwürdiger Kreator! Da ist der Schweif. Du kannst mich nicht! Shit. Hätte ich jetzt irgendwas machen müssen. Vielleicht einmal rumrennen, oder so. Jetzt geht sie wieder weg. Weg gehen, weg gehen, weg gehen. Sag, gute Nacht hier. Nein, daneben. Ja, ich nehme dir alles, was du hast. Wo jetzt? Da. Mein Gott, ich treffe mich. Auch wenn wir davon nicht die Munition ausgehen. Mann. Beweg dich doch nicht immer. Ich fress dich! Ich fress mich! Oh oh. Jetzt fass... Oh, ich verstehe. Ja, der Turm ist sehr klein. Gott! Jetzt aber. Dummes Drecksviech. Ich schlitz dich auf! Ich schlitz dich auf! Du sollst sterben. In den Kopf! Du elende Missgeburt! Das waren ein paar schöne Treffer. Wo jetzt? Raus ist unsere einzige Ordnung. Du bekommst sie niemals... Was jetzt? Mama Blut! Mehr! Mehr Blut! Nein, was jetzt? Beruhig dich! Was jetzt? Ich kann nichts machen. Halt die Klappe, du dämliche... Äh, es passiert alles alleine. Jetzt wieder nicht mehr. Das ist doch unfair. Ich renne einfach mal nach oben. Ich renne einfach mal nach oben. Ich hoffe, das ist ganz viel Muition. Ja, komm! Sei nicht schüchtern! Zeig mir deine Angst! Soll ich so treffen? Oh, nein, jetzt... Endlich! Ich renne dich mit Haut und Haut! Nein, wirst du nicht! Gott, ist zielend schwer. Nein, weg da. Ich wollte nachladen. Nein, ich dachte, ich hätte nachgeladen. Ich sehe sie doch nicht. Ich sehe sie kaum. Ich sehe sie kaum. Oh, ist sie tot? Ist sie tot? Ich glaube, wer der Teufel holt, wird es gerade dich. Oh, scheiße. Stirb! War es das? War es das mit ihr? Verflucht seist du! Na also. Die Olle ist tot. Leider bringt uns das scheinbar keinen Schritt näher. An Rose. Aber ich würde sagen, eine der vier... Könige oder was auch immer... ...ist tot. Viel Spaß in der Hölle. Ja. Oh, Haufen Scheiße. Wo bin ich denn jetzt? Oh, irgendwo... ...weit draußen. Aber... ...Dimitrescu... Ja, ich muss immer nachschauen gehen. Die Olle ist tot. Ich habe jetzt nicht viel Munition dafür verschwendet. Aber es ging eigentlich. Der Kampf war jetzt nicht gerade schwer. Ja, wenn ich besser gezielt hätte... ...wäre es leichter gewesen. Aber wenn ich das nehme... ...dann geht es weiter. Ja, wie gesagt... ...einer der vier... ...Anführer ist, glaube ich, tot. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie und ihre Oldtöchter... ...komm hier wohl endlich raus. ...alle tot. Dreckiges Glasgefäß. Was ist das denn? Ich habe nicht mal eine Heilung gebraucht. Kann das sein? Oh, das möchte ich mir ansehen. Wisst ihr, wie gross das sein müsste, theoretisch? Oh, ist da... Moment. Da ist ein Stein drin. Kann ich den rausnehmen? Nee, vermutlich nicht. Okay. Sehr schön. Leute, es ging doch einigermassen gut. Aber wo bin ich denn jetzt? Karte. Aus dem Schloss entkommen. Ich glaube, das ist uns gelungen. Rose. Suche nach Rose. Ja, ach was. Okay. Wir hatten jetzt aber ein Problem. Hier draussen sind wir diese... Diese... Oh, speichern. Hier draussen sind wir diese... Diese Lykaner. Und gegen diesen meine Waffen dann nicht ganz so toll. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geht durch die Höhle. Dann durch die Ruinen runter ins Dorf. Was für eine Arbeit. Das dreckige Glas. Wie, da ist nichts drin. Doch. Hä? Ah, nee. Es war nur schließen. Ich habe auch immer noch keine Kurbel oder so. Kann es doch schwer sein, eine Kurbel zu finden. Halt da. Rostige Reste. Sehr cool. Äh, nehm's mit. Ähm, ja gut. Was für eine Arbeit. Wo ist jetzt mein scheiß Glas? Was? Hier. Ein Glasfeld ist mit dem Blume und Schwerziegel. Es ist zu dreckig, um den Inhalt zu sehen. Kann ich das putzen oder so? Ernsthaft, was soll das sein? Eve Nummer 3. Das bestimmt. Ich weiss nicht. Fötus oder so. Was soll ich jetzt damit? Ähm, ja. Ich werde gleich speichern. Halt, war da noch was? Nee. Das ist die Höhle. Karte, bitte. Aber ich kann doch auf der anderen Seite noch rausgehen, oder? Aufmachen. Nichts. Ja, dann wird nur wieder so ein Brunnenteil. Das da? Nee, ich hab keine Kurbel. Wo soll ich die Kurbel nehmen? Hier noch was versteckt. Hier wird doch ein gutes Versteck. Nee, scheinbar nicht. Was war das gerade? Ah, nur Gras. Hier ist tatsächlich nichts. Und ich hab auch schon alles abgesucht. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war erfolgreich. Wir haben diese Lady, wie auch immer, besiegt. Es ist nicht mal mehr nötig, einen Namen zu sagen, denn sie ist Geschichte. Genauso wie die drei Töchter. Deswegen speichern wir. Und ich würde sagen, Leute, das war's für heute mit Resident Evil 8. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.